Damien, Harold und ich waren beste Freunde, seit wir Kleinkinder waren. Unsere Mütter erzählten uns, dass wir uns eines Tages im Park getroffen haben und seitdem sind wir unzertrennlich. Wir gingen alle auf dieselbe Schule und versuchten auch die gleichen Kurse zu belegen. In unserem zweiten Jahr an der Highschool erlebten wir das verrückteste Abenteuer unseres Lebens und alles begann im Naturwissenschaftsunterricht. Aber bevor ich weitermache, vergesst bitte nicht, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren. Ich möchte schließlich nicht, dass ihr weitere tolle Geschichten verpasst. Es war ein Montag, der erste Schultag. Wir gingen nach dem Mittagessen ins Wissenschaftslabor und setzten uns zusammen. Ich hoffe, Frau Smith unterrichtet unsere Klasse dieses Jahr, sagte Damien. Er war so aufgeregt. Ja, das hoffe ich auch. Wir haben schon lange keine heiße Lehrerin mehr gehabt. Die sehen alle so unscheinbar aus. Ich brauche eine Augenweide. Was meinst du, Carlos? kicherte Harold, während er mich ansah. Ich fing an zu träumen. Frau Smith war absolut umwerfend und sie war einer der Gründe, warum ich in diesem Jahr Naturwissenschaften gewählt habe. Aber meine seligen Gedanken hielten nicht sehr lange an. Meine Tagträume wurden jäh unterbrochen, als ein ernst aussehender alter Mann durch die Tür kam. Willkommen im Naturwissenschaftsunterricht. Ich bin euer Lehrer, Herr Kater. Ihr habt vielleicht schon von mir gehört. Ich bin der beste Lehrer hier. In meiner Klasse ist noch nie jemand durchgefallen. Ich habe viele Preise gewonnen und mir wurden Jobs auf dem ganzen Planeten angeboten. Aber ich habe mich entschieden, an dieser Schule zu bleiben, um euch Kindern zu helfen, lachte er. Es stimmte, er war der angesehenste Lehrer an unserer Schule und wir hätten uns geehrt fühlen müssen, in seiner Klasse zu sein. Aber stattdessen waren wir nur frustriert. Wo ist Frau Smith? jammerte Damien. Sie ist nach Alaska gezogen. Sie hatte es satt, dass ihr Teenager über sie fantasiert. Außerdem sehe ich genauso gut aus. Herr Kater grinste. Wir hörten Stöhnen im ganzen Klassenzimmer. Der Rest des Tages verging wie im Flug und nach der Schule gingen wir zu mir nach Hause, um Videospiele zu spielen. Das war unsere einzige Möglichkeit, uns nach so einem enttäuschenden Tag zu entspannen. Hey Hosenscheißer, sagte mein älterer Bruder Jonathan, während er unser Spiel unterbrach und sich unsere Schüssel mit Snacks schnappte. Wie war die Schule? fragte er. Wir pausierten unser Spiel und ich holte mir meine Schüssel von ihm zurück. Die Schule lief super, bis wir herausgefunden haben, dass Herr Kater unser Wissenschaftslehrer für dieses Jahr sein wird. Hast du Frau Smith gesehen? Ich habe den ganzen Sommer von ihr geträumt, nur um von diesem alten Mann und seinen lahmen Witzen begrüßt zu werden. Davon werde ich mich nie erholen. Herr Kater? fragte Jonathan mit besorgtem Blick. Ja, kennst du ihn? Was ist denn los? fragte ich. Ich weiß nicht, der Typ ist einfach seltsam. Vor ein paar Jahren war ich in seiner Klasse. Eigentlich war alles in Ordnung, er ist ein lustiger Kerl. Aber eines Tages fing meine Freundin Juri an, durchzufallen. Herr Kater lud sie zu sich nach Hause ein, um ihr Nachhilfe zu geben. Er sagte, er wolle wirklich sicher gehen, dass sie seinen Kurs und schließlich ihre Abschlussprüfungen bestehe. Also ging sie hin, sagte er. Dann wurde er still und sah aus, als würde er ins Leere starren. Und dann? fragte ich. Und dann? Nun ja, Juri war nie mehr dieselbe. Nach nur einer Nachtnachhilfe hat sie jede einzelne Prüfung und Aufgabe danach mit Bravour bestanden. Aber sie veränderte sich. Früher war sie eine glückliche, quirlige Seele, aber wenn sie zum Unterricht kam, wirkte sie stumpf und leblos. Sie hatte diesen kalten, traurigen Blick in ihren Augen. Es war fast so, als wüsste sie nicht mehr, wer ich bin. Vielleicht liegt es daran, dass du so ein Versager bist, lachte ich. Die Jungs und ich beachteten seine Geschichte nicht und setzten unser Spiel fort. Die nächsten Wochen in der Schule waren ganz gewöhnlich. Wir machten mit unserer üblichen Routine aus Schule, Zuhause und Videospielen weiter. Dann, eines Tages, bekam Harold eine seiner Aufgaben von Herr Kater zurück, der ein bisschen wütend aussah. Harold, du gibst dir keine Mühe mit deiner Arbeit. Das ist das vierte Mal, dass ich dir eine Sechs geben muss. Ich denke, du schuldest mir eine Art Erklärung, sagte er. Ich schätze, ich verstehe diesen Wissenschaftskram nicht wirklich. Ich habe sowieso nicht vor, irgendwas davon zu machen, wenn ich mit der Schule fertig bin. Ich will Architekt werden. Außerdem bin ich nur in diese Klasse gekommen, um Frau Smith anzustachen, erwiderte Harold. Wir sehen uns nach dem Unterricht, sagte Herr Kater kalt und ging weg. Nach dem Unterricht warteten Damien und ich draußen auf Harold. Dieser alte Kerl hat gesagt, ich soll zu ihm nach Hause kommen, um Nachhilfe zu nehmen. Er sagt, dass ich dadurch bestehen werde und dass es ernsthafte Konsequenzen geben wird, wenn ich nicht komme. Aber wir haben doch geplant, heute Abend Spiele zu spielen. Ich werde dir stattdessen in FIFA 21 einen Arschtritt verpassen. Vergiss die Wissenschaft, sagte Harold, als er nach draußen kam. Ich denke, du solltest einfach gehen. Es ist sowieso nur eine Nacht. Es wird schon gehen. Wir können das ganze Wochenende FIFA spielen. Wir schafften es, ihn zu überreden, zu Herr Carters Haus zu gehen und vergaßen dabei völlig die Geschichte, die mein Bruder uns ein paar Nächte zuvor erzählt hatte. Also ging er an diesem Abend dorthin, während Damien und ich bei mir zu Hause Videospiele spielten, bis meine Mutter ihn rauswarf und mich ins Bett schickte. Am nächsten Tag sahen wir Harold auf dem Flur vor dem Unterricht. Hey Mann, wie geht's denn so? Wie war deine Nachhilfestunde? fragte Damien. Gut, sagte er und ging weg. Gut, ich schaute Damien besorgt an. Harold gab nie ein Wort Antworten auf irgendetwas. Tatsächlich war es schwer, ihn dazu zu bringen, den Mund zu halten. Das sah ihm überhaupt nicht ähnlich. Wir folgten ihm zum Englischunterricht und versuchten weiter mit ihm zu reden. Bist du nicht froh, dass es Freitag ist? Wir können uns das ganze Wochenende entspannen und du musst dir keine Gedanken über die blöde Wissenschaft machen, lachte ich. Wissenschaft ist nicht blöd. Sie ist ein wichtiger Teil unseres Lebens. Ich wünschte, ihr würdet aufhören, so unreif zu sein, erwiderte er. Wir waren verblüfft. Worte wie unreif waren nicht einmal Teil von Harold's Wortschatz. In der Tat war Harold die Definition von unreif. Ähm, wer bist du und was hast du mit unserem Freund gemacht? lachte Damien und rollte mit den Augen. Das wäre in Ordnung gewesen, wenn er sich wieder normal verhalten hätte, aber das tat er nicht. Eine ganze Woche lang waren alles, was wir von Harold bekamen, ein Wort Antworten und kalte Blicke. Wir versuchten etwas herauszufinden, aber wir konnten es nicht. Glaubst du, die Geschichte deines Bruders ist wahr? fragte Damien, als wir uns eines Abends in seinem Wohnzimmer entspannten. Ich habe darüber gelacht, aber es scheint, dass das Gleiche, was mit Jonathans Freundin passiert ist, auch mit Harold passiert. Er ist wirklich nicht er selbst. Er geht uns auch aus dem Weg, erwiderte ich. Ich frage mal, was bei dieser seltsamen Nachhilfestunde passiert ist. Vielleicht sollten wir nachforschen, sagte Damien. Wir steckten unsere Köpfe zusammen und schmiedeten einen Plan. Damien würde alle seine Aufgaben und Tests absichtlich nicht bestehen. Hoffentlich würde Herr Kater eine seiner seltsamen Nachhilfestunden einrichten und dann würden wir wissen, was wirklich vor sich ging. Aber was ist, wenn mir das Gleiche passiert? Wie werdet ihr wissen, was geschehen ist, wenn ich es euch nicht erzähle? fragte Damien. Wir werden ein Aufnahmegerät besorgen und es in deiner Kleidung verstecken. Während du da drüben bist, kann ich alles mithören, was vor sich geht, antwortete ich. In der nächsten Woche machten wir uns an die Arbeit. Damien fiel ständig durch, während Harold jede einzelne Prüfung mit Bravour bestand. Es dauerte ungefähr einen Monat, aber Herr Kater bat schließlich darum, Damien nach dem Unterricht zu sprechen und vereinbarte eine Nachhilfestunde für denselben Abend. Es ist soweit, sagte ich zu Damien, als wir an diesem Nachmittag zu seinem Haus gingen, um uns vorzubereiten. Ich hatte bereits das Aufnahmegerät bestellt und es an mein Telefon und meinem PC angeschlossen. Als er bereit war zu gehen, sagte er, Ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll. Ich habe ein schlechtes Gefühl und bin sehr nervös. Ach was, das brauchst du nicht. Wir haben sehr hart gearbeitet, um soweit zu kommen. Naja, ich meine, du hast überall versagt und das war keine harte Arbeit, aber wir müssen herausfinden, was mit Harold passiert ist. Wir tun das für ihn und denk dran, ich kann das alles hören. Es wird schon gut gehen, sagte ich. Er sah aus, als ob er sich beruhigt fühlte. Jetzt mach dich schnell auf den Weg, ich gehe nach Hause und überwache dich an meinem PC, sagte ich. Wir trennten uns und ich ging zügig nach Hause. Sobald ich zu Hause war, ging ich auf mein Zimmer und begann, Damien und Herr Kater abzuhören. Ich war gerade pünktlich. Ich hörte Damien an die Tür klopfen und ich hörte, wie Herr Kater kam, um sie zu öffnen. Ich stellte mir alles in meinem Kopf vor, während es passierte. Danke, dass du gekommen bist, Damien. Komm rein, hier, setz dich. Ich habe Pizza bestellt, damit du eine Kleinigkeit essen kannst, bevor wir anfangen, sagte Herr Kater. Oh, danke. Wie lange wird das hier dauern, fragte Damien. Nicht allzu lange, mach dir keine Sorgen, erwiderte Herr Kater. Ich hörte, wie zwei Stühle herausgezogen wurden, also nahm ich an, dass sie sich jetzt hinsetzten. Es hörte sich auch so an, als würde Damien kauen. Hm, diese Pizza ist gut, sagte Damien. Das Schwein, dachte ich. Dann hörte ich ihn eine Zeit lang nicht. Bist du okay? sagte Herr Kater. Ich fühle mich nur ein bisschen schläfrig, antwortete Damien. Dann hörte ich einen dumpfen Schlag. Danach hörte ich ein Schlürfen. Dann hörte ich laute Schritte und Grunzen. Es hörte sich an, als würde Damien einige Stufen hinuntergetragen werden. Schließlich hörte ich, wie sich eine Tür öffnete und was ich dann hörte, erschreckte mich. Ich hörte mehrere Schreie und Flehen um Hilfe. Lass uns raus! Wir haben Hunger! Hilfe uns! Lasst uns nicht hier! Ich hörte einen weiteren Aufprall und dann war es still. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Vielleicht hätte ich gleich die Polizei rufen sollen, aber ein paar Minuten lang war ich einfach nur geschockt. Ich ging in die Küche und rannte dann wieder hoch in mein Zimmer. Ich hörte immer noch nichts durch das Aufnahmegerät. Ich wählte Damiens Nummer und er nahm sofort ab. Hey, bist du okay? fragte ich. Ja, mir geht's gut. Warum fragst du? sagte er. Die ganzen Geräusche, naja, du wirst mir morgen alles darüber erzählen, sagte ich und legte auf, erleichtert, dass es ihm gut ging. Am nächsten Tag wachte ich durch ein kreischendes Geräusch aus meinem Computer auf. Carlos, Carlos, kannst du mich hören? Es war Damien. Hör zu, ich bin in einem Keller im Haus von Herrn Carter. Harold ist auch hier. Herr Carter hat mir was zu essen gegeben, das mich ganz schläfrig gemacht hat. Aber bevor ich ohnmächtig wurde, habe ich ein paar komische Maschinen in seinem Haus gesehen. Da waren Menschen drin. Nun, ich weiß nicht, ob es echte Menschen waren. Vielleicht waren es Klone. Ich hätte schwören können, dass ich einen gesehen habe, der genauso aussah wie ich. Ich habe solche Angst. Und Harold ist so dünn geworden. Er wirft nur noch ab und zu ein paar Brotreste hier rein. Das ist doch verrückt. Du musst uns helfen. Leider konnte ich nur zuhören, aber keine Antwort geben. Ich machte mich schnell fertig und ging zur Schule, um zu sehen, ob Damien, also sein Klon, dort sein würde. Ich stieß mit ihm zusammen, kaum dass ich durch die Eingangstür gegangen war. Damien, sagte ich. Was? antwortete er mit demselben kalten Blick, den Harold vor ein paar Wochen hatte. Du musst mit mir kommen. Schnell. Sei still und lauf. Es ist ein Notfall, sagte ich und packte seinen Arm. Überraschenderweise lief er mit mir den ganzen Weg zu meinem Haus. Ich brachte ihn in mein Zimmer, zog ihm eine über und fesselte ihn. Gut, und jetzt bleib da und sei still, sagte ich und klebte ihm den Mund zu. Dann ging ich direkt zur Polizeiwache, um eine Entführung zu melden. Zuerst lachten sie über meine Geschichte, aber als ich Damiens Aufnahme vorspielte, fingen sie an, mich ein bisschen ernster zu nehmen. Weil es ein Schultag war, war Herr Carter irgendwo im Unterricht. Wir fuhren rüber zu seinem Haus und brachen die Tür auf. Ich starrte auf all die seltsamen Körper, die in riesigen Glasbehältern gelagert waren, die mit irgendeiner Art von Flüssigkeit gefüllt waren. Eine Weile war ich wie erstarrt, dann erinnerte ich mich. Harold, Damien, sie sind im Keller, rief ich. Die Polizei fand die Kellertür und brach sie auf. Als wir hineinschauten, konnten wir es nicht glauben. Es waren mindestens 20 Kinder und sogar ein paar Erwachsene. Damien und Harold rannten hinaus. Du hast es geschafft, Carlos! Die Polizisten mussten Verstärkung rufen und ein paar von ihnen gingen zur Schule, um Herr Carter zu verhaften. Mehrere Krankenwagen trafen ein und brachten alle weg. Harold und Damien wurden ins Krankenhaus gebracht und mir fiel plötzlich ein, dass sich Damiens Klon in meinem Zimmer gefesselt hatte. Ich informierte die Polizisten, die ihn holen gingen. Alle waren natürlich völlig verwirrt. Wie war ein einfacher Lehrer für Naturwissenschaften in der Lage, so exakte Klone zu erschaffen? Und wenn er eine so bemerkenswerte Entdeckung gemacht hatte, warum hatte er sich dann entschieden, an einer Highschool zu unterrichten? Offenbar waren die Gehirne der Klone so programmiert, dass sie alle seine Prüfungen mit Bravour bestanden. Es war fast so, als wären sie halb Mensch, halb Roboter. Aber warum würde jemand all diese Arbeit machen, nur um wie ein guter Lehrer zu wirken? Es war alles zu seltsam. Dieser Fall wird immer noch untersucht und wurde nicht veröffentlicht. Alle Klone wurden gefangen genommen und in ein sicheres Forschungslabor geschickt. Damien, Harold und ich werden in unserer Stadt jetzt als Helden angesehen. Wir haben beschlossen, dass wir nach der Highschool zusammen ein kleines Unternehmen gründen, weil wir so weit wie möglich von Lehrern und Professoren entfernt sein wollen. Wir trauen ihnen nicht mehr. Was ist eure größte Lehrer-Horror-Geschichte? Erzählt sie uns unten in den Kommentaren. Wir werden uns da manchmal so weit wie möglich gezeichnete Всё 10 kwinkles ausweistunden. Vielen Dank.